Die Artefakte sind frei. Da, nicht den, der steht, der ist ausgelockt. Wir sind mit Leuten von unseren Zweigrenmatt, hast du gesehen? Ja, ich weiß, ich weiß aber nicht, welche Tribe das war, das ist halt ultra kacke, ne? Können wir jetzt nicht von da ran? Die Artefakte sind frei. Leute, kommt man da nicht, kommt man da nicht ran, jetzt von unten? Kann man sich da nicht hochziehen? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Doch, die Tür sind ausläugigbar. Ich bin oben, aber ich hab nix für den Sprengbild, ich hab nur den Schrumpel und den Polat. Hol dir die, hol dir die Artefakte, die sind direkt vor dir. Ja, direkt da drin sind die Artefakte. Oh, Alter, Ritter! Ich schieß gar, ich seh gar nicht durch. Warte, was ab! Bild ist weg. Ah, da ist noch einer der Gabel links. Das ist der von Karsten. Wotzo ist tot. Hast du die Artefakte? Nee, ich hab kein Sprengzeug dabei, ich geh grad alle in die. Ja, du kannst die rausnehmen. Leon, du brauchst nur, Leon, du brauchst nur reingucken und die aus dem Anbetar nehmen. Hab die Artefakte kaputt gemacht, hier ist noch ein Gegner. Nee, ich hab keine Armut für die. Wir haben keine Tools mehr auf der Base. Kommt Garmin, wollen wir da jetzt mit rüber? Musst du ganz entdrehen, ich muss ganz gehen. Oh, Vorsicht! Da unten Raketen, der war gerade auf dem, siehst du? Ja. Siehst du die Tür? Nein! 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 Das bin ich! Solange die Artefakte nicht wo in der Base sind... Ey, fuck! Ich hab nur den Rocket Launcher... Das bist du mit dem Rocket Launcher? Ja! Wir kommen rechts und warten. Ich schieße da jetzt ganz rein. Die Artefakte sind rechts. Ich schieße da jetzt ganz rein. Ich schieße da jetzt ganz rein. Ich schieße da jetzt ganz rein. Aber ich hab keine Rüstung und kein Schild. Ah ja, da schieße noch halt. Ja, da schieße ich guck. Ist das höll ich bin hier runtergefahren? Nein! Doch, da schieße ich noch eins. Die Artefakte, die sind weg, die haben keine Artefakte mehr. Da springt einer mit Rocket Launcher gleich runter rechts am Eck. Oder ist das einer von uns? Ok, der ist runtergesprungen. Ich glaub, der hat die Artefakte. Der ist tot, der ist gestorben. Die haben, glaub ich, die Artefakte genommen. Ich glaube, Kars... Ja, wie willst du denn jetzt die Artefakte kriegen? Das war schlecht, Leon, dass du die hochgejagt hast. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Sessions Zeit, ne? Das stimmt allerdings. Aber... Aber ich meine, ähm... Haben wir die Artefakte jetzt oder wie? Oder sind die ja... Nee, die sind kaputt, glaub ich. Die Artefakte sind wahrscheinlich in dem Typen... Das Problem war halt, ich hab nur eine Rakete gelootet von dem... Also ich hab nur seine Raketen... Komm, komm mal ran warten! Komm, komm mal ran warten! Und dadurch bin ich halt verreckt. Ich hab halt nix mehr. Keine Rüstung und nix. Ey, Leute, die Socke sind kaputt. Ja, aber die Artefakte haben sie wieder aufgesammelt, glaub ich. Ach, warte. Nein, die Artefakte sind von diesem schwarzen Diefen, der runtergesprungen ist. Warte, ich hab jetzt noch ein Schild! Ja, das kriegen wir nicht hin. Dahinter schießt noch eigentlich. Da jagen wir uns nur selber mit in den Arsch. Der CI sprengt jetzt, glaub ich, rein, weil die mir rechts hier steht. Da oben ist aber geblockt. Warte mal, warte mal. Ich probier was. Gabel, wo ist denn der runtergefallen? Da rechts, rechts, direkt nach rechts. Da hinten läuft auch wieder einer mit mir. Scheiße. Wo unten ballern sie sich gegenseitig wieder. Man wüsste, wer das ist. Das ist die Geistig verwirrt. Hey, ne, geradezu auf der Foundation liegt jemand. Mit Rocket Launcher. Ey! Was für ein Schild. Ja, ja. Ja, okay, gut. Und da bei euch ist doch irgendwo der Typ runtergesprungen, oder nicht? Ne, der war da weiter rechts. Ach, da liegt er. Ach, da liegt er. Sassoon? Was? Sassoon, kommst du da rüber? Ne, wa? Ja, ich komm den links mehr rüber. Nein, ich... Na, da liegt der Typ, der da rund... Der Typ könnte die Artefakte haben. Ne, ich... Ich bin ganz rechts. Wo ist der? Leute, ich geh da jetzt hoch und gehör mir die Artefakte. Sassoon, du hast... Sassoon, du hast... Sassoon, du hast rechts von dir die Spikes. Ja, aber die müssen weg. Ja, aber die müssen weg. Und da hinter... Ey, hat... Leute, hat irgendwer von euch ne Schusswaffe für mich? Und da hinter ist ein Steinvorsprung, da liegt die Leiche. Oh, ne. Oh, ne. Ich werd von nem Kanu zerflückt. Born Kill. Ah. Soll ich dir die wegmachen? Hast du die Spikes? Ey, das ist nicht cool, Digga. Gerade nicht, weil ich lieg da gerade neben. Ja, ich hab's gesehen. Dann hab ich weggeschossen. Ey, ich werd gespawnt. Der springt wieder runter. Noll. In der Luft weggesnappt. Da wo der runtergefallen ist, also? Hast du den gesehen? Ein nackter, ein nackter ist da oben. Ich hab mir keinen gesehen, ne? Ich bin zwischen den Spikes gerade. Ah, ich seh's. Fuck, sind die angeschossen. Da läuft noch einer, da läuft noch einer, der lootet den. Innen drin ist schwarz, nackt. Ich hab Blut, ich hab Blut, ich hab Blut. Ich geh da oben. Ja, also wo du hingehst, da sind welche? Links jetzt. Genau. Da ist leer, da ist leer. Irgendwann müssen wir uns ja auch wieder gegenseitig angreifen. Und jetzt da auf der Höhe, wo du gerade bist, da ist der. Jetzt rechts, genau. Ich bring die ganze Zeit mit Fallschirmen rüber. Ich glaub, das ist aber CE. Oder irgendeine andere Tribe. Das Artefakt ist fast ganz unten. Er weiß ja nicht, ob der Typ das hat. Digga. Der hat's ja gespenkt. Ja, aber was hat der eingesteckt? Das ist ja nicht sicher. Leute, ganz kurz. Ich bin fast an kein Schluss. So, ich muss mich jetzt mal grüßen. Ich? Ich hätte bloß. Ich war jetzt ja auch mal Just for fun. Ich werde jetzt sterben, aber es war dran. Ja, 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 ja. Oh scheiße, jetzt ist er mit der Shotgun. Ich hab ihn gebollt. Nee, nee, nee. Ich hab ihn gebollt. Ich hab'n Bruch. Ich hab'n Bruch. Ich geh'n auch hoch. Grappling hoch hab' ich leider nicht. Ach, geh'n da hoch. Hast du den Dings, Sassoon? Ja. Hier. Ich hab'n Armbus da nur noch gucken. Hier. Ich hab'n vier Stück hier. Warte, 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 warte. Ich hab'n Sachen, die mit dem Fleisch und Männchen. Warte, 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 warte. Ich hab'n alles auf. Ich hab' auch Grappling. Leute, jetzt geht mal da hoch. Ich hab' halt keine Quip. Hätt' ich die Quip gehabt, hätt' ich den da weggekleht. Hab's da Rüstung? Hat er Rüstung? Auch nicht. Ähm. Ich geh'n jetzt auch mal. Komm, wir machen jetzt zusammen hoch. Soll ich mal in den Typen gucken, Gab? Ich weiß ja, wo der liegt. Ja, guck' einfach mal rein. Ich bin ziemlich sicher, dass das da drauf ist. Ohhhh, wie lange es neibt? Der Tor ist. Der Tor schießt noch. Hast du ne Armbrust? Ich hab' ne Armbrust. Hier ist der Typ. Aber keine Grappling. Ich hab' ne Grappling. Ja, gut, dann geb' ich mir meine. Ich hab'n High-Tender. Okay. Und grüßt. Ich hab'n Artefakt. Geht ihr? Was? Ich hab'n Artefakt. Alter, der Typ. Kann ich jetzt noch laufen? Nein, ich kann nicht mehr laufen. Ja, Droppers runter hier, Chris. Ja, äh. Wie hier hochkriegt? Leon. Ja? Chris Droppers runter. Was? Aus dem Typen, wo ich gesagt hab', den musst du looten, da war'n Artefakt drin. Der hat irgendwie, keine Ahnung. Ja, das kommt zu mir. Um wen geh's? Den Typen, wo ich gesagt hab', der war zu mir. Also, ein Artefakt habe ich. Ja, da rechts auf diesem Tattor sitzt. Alter, das leckt so hart. Wenn wir gekillt haben. Wer, da springt einer, äh. Der ist in der Luft verreckt. Der ist in der Luft verreckt. Der ist ein Fallschirm in die Vales rein. Die Frage ist... Ich bin in der Vales. Wo ist das? Wer hat das? Wo hast du eins? Eins hab' ich. Eins hab' ich, ja. Soll ich erst mal abhauen? Wie hast du die gekillt mit dem Rocket Launcher? Ja, ja. Soll ich hochkommen oder abhauen? Ich hatte halt ein, ein Schuss mit dem Raketen. Ich weiß nicht, was die haben. Ich weiß auch nicht, was die haben. Das ist gefährlich zu looten. Ja, warte. Chill, ich komm da gleich hoch. Wo bist du? Die Frage ist, wo bist du? Ich bin da in der Hauptphase von denen. Ja, werf die Buddies runter, bis Marvin aus deren Treib. Ähm, Gabel, komm mal her. Wo bist du? Oben. Ich schmeiß dir mal das Artefakt runter. Ich schlaf gleich, ich schlaf gleich. Ist Marvin aus deren Treib? Ja. Sassou droppt die Leichen aber runter. Ja, ich kann nicht halt. Ich kann nicht zugreifen zu den Leichen. Ja schon. Da kommt gerade einer raus. Alter, wie viel hast denn du mitgelootet bei den Tücken? Der hatte keine Ahnung. 20 Stücke oder so hatte der. Gabel, da kommt ein T-Rex aufpassen. Was hatte der? 20 was? Rocket Launcher. Gabel, der geht auf uns, der T-Rex. Soll ich mich abschießen? Ja, ich bin überladen. Ich kann nicht weg. Oh, dann glaube ich. Da sind die geistig verwirrt, Alter. Ja, der hat nichts mehr an. Der ist nackt auf dem T-Rex. Ah, der hat weg. Jetzt musst du es neu fahren. Gabel, bring das Artefakt erstmal irgendwie in den Rex oder so. Sassou, bist du noch da oben? Ich bin auch da drin, ja. Dann komm ich nämlich jetzt auch hoch. Ich hab eh... Die Frage ist jetzt, da müssen ja mehrere Artefakte sein, ne? Ja, jetzt sind noch vier da. Ich ziehe schon mein zweites Hight-Champ dann. Mach die mit Hight kaputt. Also weißt, hattest du Hight. Müssen wir das jetzt in den Chat schreiben, dass wir ein Artefakt haben? Nö. Ich komm auch. Ja, scheiße, meine Arkt ist gecrashed. Das heißt, ich hab das update und das heißt, ich komm mir nicht auf dem Server. Weißt, wenn du oben bist, hast du das Artefakt? Nein, ich hab's abgegeben. Ich hab das Artefakt. 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 Alter, die werden abgefangen. Ich mach's in meinen Rex rein. Und mein Rex steht hinten bei unseren ganzen Rex nicht rein. Aber ich mach ganz hinten von dem. Ich hab das Artefakt. Einer würde das zur Base bringen. Und da geht da. Ja, unsere Base ist so weit. Da, die Posten. Ah, fuck. Hier sind allo bei uns. Hier sind allo bei uns. Weg da. Achtung. Nein. Nein. Was ist das? Hinter dir, Sasu. Ja, ich hab's gerade gegeben. Ich steck mich hier. Ich muss mich hier verstecken und mal hochrecken, oder? Persönlich, komm gleich zu dir hoch. Ja, ich hab hier. Einer hat sich hier gerade hochgegrappt. Oh Mann, hinter mir. Das wär ich. Da kommt gar nicht. Ja, das war der Typ. Ja, wir weg. Wir haben einer zu packen. Also haben wir jetzt drei. Das ist schon mal gut. Nice. Ich nehm mir der Allo von Savi und hau ab erstmal. Ja. 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 Savi, wenn's, wenn's nen, äh, Sniper, das brauchst. Also so bist du gestorben? Aber ich hab mich selbst so gebraucht. Äh, in, in Chris, Sam. Wien? Wir schreiben heute Tag 35, aber wir haben... Wie viel haben sie denn? Wir haben... ...eine Art... Wir haben... ...eine Art... ...eine Art... Wir haben doch drei oder so. Okay. Also Savi hat echt flinke Finger immer. So. Nebenbei. Äh... Okay, dann kann ich jetzt hier dann reininterpretieren. Ja. Deswegen hab ich auch nichts weiter dazu gesagt. Man kann das doch einfach mal so im Raum stehen lassen. Ja. Einfach mal ein paar Behauptungen aufstellen. Obwohl in nem Raid kann man... Darf man ja nicht die Session beenden, oder? Natürlich. Wolle draufgehen? Das sieht ja geil aus. Wer war das denn? Corny, oder was? Ich weiß erst mal, was du gemacht hast. Was denn? Mit den ganzen Foundations. Hm. Find ich super. Wo bist du Chris? Warte. Das muss ich jetzt noch auf der anderen Seite machen. Wollte ich ja, dann durfte ich ja nicht mehr. Schlichten hier, aber wir hatten was hier getötet hier. Direwolf. Hey Chris, wo bist du? Vorne ist ne ein Kühler, komm rückes. Ronny? Wo ist ein Kühler? Hä? Hast du den Foundations? Ich bin 80er. Und wo? Den scheiß draußen alles ab und setz' ne volle Stimme. Da, da drüben läuft es. Draußen? Ja. Es ist sogar noch aggro auf mich aber. Du hast da nicht spawnen, Kabel. Ach da. Ach, aha. Mach, dass es aufhört. Es ist aggro auf mich. Mach, dass es aufhört. Mach, dass es aufhört. Das ist ja unnormal. Oh. Schildkröten? So, ich mach nochmal 800 Electronics. Dann können wir nochmal... Schildkröten? Wie kommst du jetzt aufm Schild? Ja, ich dachte jetzt irgendwas so Schildkröten gemacht. Martin, wenn du die Angst stellst, komm mal aufs Dach, bitte. Schildkröten. Ja, ich muss eben den selber leer rein.